Musik Man sieht, es ist super gefährlich, was Regierungen wie in Ungarn, in Polen, in Österreich, in Tschechien, vielleicht auch ab Herbst in Deutschland für Unrecht wieder tun. Wie Menschen diskriminiert werden. Ich habe ein Enkelkind und wir alle haben Enkelkinder. Und diese Enkelkinder und ihr, ihr seid mir wichtig, dass das nicht weiter zunimmt. Und ich wünschte mir, dass immer mehr Menschen auf die Straße gehen und sagen, halt, stopp! Die Seenotrettungsorganisation allgemein und auch uns als...